Was geht ab, liebe Kampfsportfreunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, NoTimeMMA. Manuelsen bereitet sich vor auf seinen Mega-Fight am 6. Mai bei der GMC Special Fight Series. Dort wird er sich sportlich messen in einem reinen Boxkampf gegen Bösemann. Das wissen wir mittlerweile. Er bereitet sich vor. Er ist im Training. Und es gibt sehr, sehr viele Leute, die sich über den Körper von Manuelsen lustig gemacht haben. Und gesagt haben, ey, wie soll der Typ sich bewegen? Der wiegt locker seine 140, 150 Kilogramm. Einfach nur unprofessionell. Raucht eine Schachtel Kippen am Tag. Und wie soll der was reißen? Meiner Meinung nach sieht Manuelsen trotzdem mit seiner Beinarbeit und seinem Schattenboxen allgemein viel besser aus. Als 90% der ganzen Influencer, die auf Boxer machen. Also großen Respekt an Manuelsen, der ja auch schon lange Kampfsport betreibt. Jetzt hat er auch ein Statement geäußert zu all seinen Kritikern, zu all seinen Hatern, die sich über seinen Körper lustig gemacht haben. In seinen ganzen Trainingsvideos oder Means oder sonst irgendwas, die auf Instagram, TikTok und, und, und über ihn laufen. Ja, Manuelsen ist ein polarisierender Typ. Und ich denke, das hat er jetzt ganz, ganz deutlich geäußert. Denn hier sieht man ihn einfach oberkörperfrei trainieren. Manuelsen hat auf jeden Fall natürlich Bauch bekommen über die ganzen Jahre, das ist klar. Aber er hat mit einer deutlichen Message all diese Hater stumm gemacht. Denn er hat geschrieben, Body Shaming. Viele Memes und Videos wurden über meine Figur gemacht. Viele Kommentare wurden über meine Figur gemacht. In der Hoffnung, endlich was zu finden, was Manuelsen beschämt oder verunsichert. So ist die Gesellschaft heutzutage. Solange du jemanden auf dein unsicheres Wesen gleich runterziehen kannst, fühlst du dich gut. Aber ich sag euch was. Ich bin 44, ich schlag härter, bewege mich schneller, seh besser aus, hab hübschere Kinder, ein schöneres Wesen und ein schöneres Herz als 99% dieser Clowns. Mir ist mittlerweile in dieser Szene alles so egal, dass ich froh bin, wenn ich mit so wenig wie möglich mit irgendwem zu tun habe. Ich liebe meinen Charakter. Ich liebe meine Werte und meine Familie. Bleibt immer cool und liebt euch, dann könnt ihr auch andere lieben. Alles Lob gebührt Allah, sagt er hier. Natürlich, Manuelsen hat zugenommen. Manuelsen ist out of shape, wirkt aber trotzdem noch extrem fit, wirkt leichtfüßig, wirkt gut. Und ich denke auch, obwohl ich beide in diesem Sinne mega sympathisch finde, dass Manuelsen einfach ganz objektiv betrachtet, Bösemann hier komplett dominieren muss und wahrscheinlich auch finischen wird. Wenn man auch die Luft aus dem Sinan-Kampf von Bösemann sieht, man sieht hier auf jeden Fall, Manuelsen ist natürlich einfach ein kopfgrößer Minimum, wiegt deutlich mehr, ist deutlich schwerer und hat einfach eine viel, viel größere Kampfsporterfahrung. Sehr schönes Statement von Manuelsen. Schreibt mir auch mal dazu in die Kommentare, was denkt ihr darüber, Freunde? Lasst ein Like und ein Abo da. Ich freue mich auf den Fight. Bis zum nächsten Mal hier bei No Time MMA.